Hey Leute, jetzt schaut euch mal das hier an. Da habe ich ein selbst gemischtes Korrosionsschutzfett aufgetragen. Das wirkt richtig, richtig super. Da müsst ihr echt darauf achten. Das ist die vom Xenon Scheinwerfer, der Sensorachslast vorne. Das zerrostet euch ganz schnell. Da müsst ihr echt was tun, damit das nicht passiert, weil das gibt ganz viele Folgekosten. Dann tun wir jetzt noch mal ein bisschen Fett auftragen und dann machen wir wieder die Unterbodenvergleichung auf. Aber so sieht es echt richtig gut aus, richtig gut geschützt. Kann man was machen, kann man viel Geld sparen, weil das zu erneuern wird teuer.